Sie sind hier, 27. November 2018, 18.58 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Carsten Janker wurde als Trainer des SV Horn entlassen, Urheberrecht Imago, Carsten Janker ist als Trainer ab sofort wieder verfügbar. Der ehemalige Spieler des FC Bayern wird beim österreichischen Zweitligisten SV Horn entlassen. Der ehemalige Nationalspieler Carsten Janker, 44, ist als Trainer beim österreichischen Zweitligisten SV Horn entlassen worden. Das teilte der Klub aus Niederösterreich am Dienstag mit. Janker, der als aktiver 2002 mit Deutschland Vize-Weltmeister wurde und 2001 als Profi des FC Bayern München den Champions-League-Titel gewann, hatte den Posten im Sommer 2017 angetreten und den Klub auf Anhieb zurück in die zweithöchste Spielklasse geführt. An den ersten 15 Spieltagen feierte Horn allerdings nur zwei Siege, der Klub belegt bei Saison-Halbzeit den letzten Tabellenplatz. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017